Sehr geehrte Damen und Herren, werte Hermes-Anwenderinnen und Anwender. Wir begrüßen Sie zu unserer Update-Information Hermes 2022. Unsere Update-Information richtet sich an bestandene Hermes 5.1-Anwender, die gerne erfahren möchten, was Hermes 2022 Erneuerungen bringt, welche die Unterschiede zu Hermes 5.1 sind und insbesondere welche die Vorzüge von Hermes 2022 sind. Bei der bereits erfolgten Begrüßung und Einleitung werden wir uns den Zielen dieser Update-Informationen zuwenden. Anschließend werden wir wieder auf die Ausgangslage zu Hermes 2022 eingehen und anschließend die Hermes-Methode selbst vorstellen. Zum Schluss werden wir uns die Aspekte der Ausbildung und Zertifizierung vornehmen. Wir werden Ihnen zeigen, welche Dokumentationen erarbeitet worden sind und zur Abrundung zum Schluss noch einmal zusammengefasst die Vorzüge von Hermes Ausgabe 2022. Uns ist es ein großes Anliegen, dass das Hermes 2022 sehr schnell angewendet werden kann und dass wir zeigen können, wie Sie damit arbeiten können. Das heißt, am Anfang geht es um ein grundsätzliches Verständnis, das Sie bekommen sollen hinsichtlich der neuen Methode. Sie sollen also die wesentlichsten Änderungen zu Hermes 5.1 erfahren und wir sollen auch die Möglichkeiten und die Verbesserung sehen, was Hermes 2022 bringt. Zum Schluss dann die Aspekte der Ausbildung und Zertifizierung. Am Anfang stand die Aufgabestellung, die agile Vorgehensweise in die Methode Hermes einzubinden. Und zwar vollständig, nicht ein separater Modul oder separater Szenario, sondern in die Prozesse direkt zu integrieren. Aus dieser Zielsetzung ist mehr geworden. Wir haben einerseits im eigentlichen Projektmanagement die Vorgehensweise klassisch und die Vorgehensweise hybrid generiert. Auf der anderen Seite haben wir für das Entwicklungsmanagement sowohl das klassische als auch das agile und neu sogar das hybride erarbeiten können. Weiter wurden die alten Texte von Hermes 5.1 optimiert und alte Formulierungen oder Bilder oder vielleicht sogar Fehler, die in der alten Ausgabe noch waren, die wurden entsprechend beseitigt. Neu ist auch, dass das Programmmanagement bis jetzt in sich abgeschlossenes Dokument in das Projektmanagement integriert worden ist. Das bedeutet, dass Programmmanagement als ein Teil des Projektmanagements betrachtet wird, quasi als Gruppierung von mehreren Projekten zum gleichen Thema. Das Programmmanagement ist als Anhang konzipiert, kann nicht separat oder isoliert angeschaut werden, gehört immer zum Projektmanagement Referenzhandbuch und kann als solches zusammenbezogen werden. Dieser Anhang bzw. das Programmmanagement ist nicht prüfungs- oder zertifizierungsrelevant. Neu stehen auch das geschäftliche und das fachliche im Vordergrund. Die Fachabteilungen sind die Projekt-Owner. Sie verantworten den Erfolg von diesen Projekten und sie stellen auch die minimal erforderlichen Rollen, nämlich den Auftraggeber, den Projektleiter und den Anwendervertreter. Und sie finanzieren die Projekte. Deshalb ist es wesentlich, dass deren Aufgabe und deren Rolle auch in der ganzen Methode viel expliziter definiert wird. Das geschäftliche und das fachliche wird vorwiegend im Modul Organisation definiert. Dort können die Prozesse, das ganze Prozessmodell, aber auch das gesamte Geschäftsmodell definiert werden und auch die organisatorischen Strukturen werden dort festgelegt. Aufgrund dieser grundlegenden Überlegungen können dann die produktspezifischen Überlegungen erarbeitet werden. Das kann einerseits eben ein Produkt, eine Dienstleistung oder sogar eine Informatiklösung sein. Auch hinsichtlich der Ausbildungsaspekte und Zertifizierung wurden neue Regionen eingeführt. Es wurde an uns herangetragen, die Anwendungspraxis und die profunden Projektmanagementkenntnisse besser in den Lernzielen einzubetten. Also diese stärker zu bewerten und besser in den Vordergrund zu stellen. Der Teilnehmer oder die Teilnehmerin sollen nicht nur aufzeigen können, was sie über Hermes wissen, sondern sie sollen das auch im Kontext ihrer Projektpraxis darstellen können. Das heißt, die Formulierung gewisser Fragen sind verknüpft mit Erfahrungen, die natürlich auch helfen, entsprechend die Fragen korrekt zu beantworten oder auch das Gesamtverständnis schaffen für die Beantwortung der Fragen. Nur liegt der Fokus auf dem gesamten Projektlebenszyklus. Wir betrachten also das Projekt von seiner Entstehung, also in der Phase Projektinitialisierung oder sogar davor, wenn das Projekt initialisiert wird, bis hin zur Phase Abschluss, wo das Projekt als solches abgeschlossen wird und das neue System, Produkt, die Dienstleistung an die Nutzung übergehen wird. Die Methode Hermes 2022 ist neu und betrachtet mehr als nur das Projektmanagement. Bis dato war es so, dass man unter Hermes Projektmanagement verstanden hat. Hermes 5.1 bedeutete Projektmanagement und auch für das Programmmanagement wurde unter Hermes 5 das gleiche verstanden. Hermes 2022 ist aber mehr. Hermes 2022 betrachtet den ganzen Produktlebenszyklus. Und nicht nur das Projektmanagement und nicht nur das Projekt, sondern das Produkt. Es deckt also alle notwendigen Aspekte der Entwicklung, der Nutzung und auch der Verwaltung im Rahmen eines Portfolios. Die Hermes-Methode wird also ganzheitlich betrachtet und sie hat nicht nur das Projektmanagement zur Aufgabe, wie sie hier dargestellt ist auf der Grafik, sondern auch eben das Anwendungsmanagement. Das Anwendungsmanagement ist die logische Folge vom Projektmanagement. Das Produkt wird entwickelt im Rahmen des Projekts und wird dann je nach der Entwicklungsmethode auf einen Schlag oder sukzessive an das Anwendungsmanagement übergeben. Das Ganze wird im Portfolio abgebildet. Im Portfolio haben wir also einerseits die Projekte, die dort entstehen und andererseits die Nutzung der Systeme, also die Anwendung, die effektiv nachher auch dort bis zum Abschluss oder bis zum End of Life vom Produkt verwaltet werden. Wesentlich ist, dass das Portfolio-Management auch Elemente beinhaltet, die nicht im Rahmen des Projektmanagements entwickelt worden sind, sondern zum Beispiel direkt eingekauft worden sind und nachher im Anwendungsmanagement genutzt werden. Die Hermes-Methode beinhaltet also gesamtheitlich den ganzen Prozess des Produktlebenszyklus. Das Phasenmodell, das wir im Hermes 2022 Projektmanagement haben, das Phasenmodell betrachtet, denkt das ganze Projekt. Zu Anfang haben wir Projektbeginn mit der Phase Initialisierung. Da haben wir keine großen Unterschiede zu Hermes 5.1, aber wir sehen den Projektbeginn schon bei der Initialisierung. Also nicht etwa beim Entscheid nach der Initialisierung, ob man die Durchführung machen will oder nicht, sondern der Entscheid, ein Projekt zu starten, ist bereits bei der Idee, bei der Projektinitalisierung. Das ist vielleicht ein Aspekt, den man betrachten kann, weil die Philosophie bei Hermes 5.1 ein bisschen anders war. Anschließend folgt die Lösungsentstehung. Die klassische Lösungsentstehung ist die gleiche, die Sie vom Hermes 5.1 kennen. Darum auch diese farbliche Darstellung, dass Sie sehen, wir haben es genau gleich dargestellt. Wir haben also bei der klassischen Lösungsentstehung, also bei der Entwicklung des ganzen Produkts, haben wir immer noch die Phasenkonzept, Realisierung und Einführung und die Meilenstalle und alles, das werden wir auch später sehen, sind eigentlich identisch. Nur am Schluss von der Phase Einführung haben wir einen Unterschied. Wir haben bei der Phase Einführung, wenn wir jetzt das Ganze hier betrachten, als ein klassisches Projekt von Hermes 5.1, wir haben bei der Einführung noch die Phase Abschluss. Das war beim Hermes 5.1 nicht der Fall. Wir haben also am Schluss, zwischen der Einführung und Abschluss, haben wir noch einen Phasenwechsel. Wir haben noch eine Freigabe, nämlich die Freigabe des Abschlusses. Dies ist deshalb wichtig, weil wir den ganzen Prozess gleichgestalten müssen, egal wie die Lösungsentstehung aussieht. Der Abschluss selbst ist also neu. Es war schon in den früheren Versionen der Fall, dann wurde es abgeschafft, neu unter dem Aspekt, dass wir eine agile Lösungsentstehung haben oder eine hybride Lösungsentstehung haben, dass wir auch aber das Projektmanagement klassisch oder hybrid betreiben können. Unter dem Aspekt wurde Abschluss als neuer Teil definiert. Wenn wir uns das agile Vorgehen anschauen, Sie sehen es hier gerade, ist das Vorgehen gleich. Auch hier haben wir im Prinzip die Phase Initialisierung, die Phase Abschluss und die in sich isolierte Lösungsentstehung, die agile Lösungsentstehung. Die Umsetzung also, so heißt die neue Phase, die wird agil durchgeführt. Wenn wir also beide Vorgehensweisen nebeneinander legen, sehen Sie, der Ablauf ist der gleiche. Egal, ob wir klassisch vorgehen, also aus Projektmanagementsicht, ob wir klassisch vorgehen oder ob wir agil vorgehen, Wir haben immer noch die Phase Initialisierung und wir haben immer noch die Phase Abschluss für beide Lösungsentstehungsvarianten, die sich innerhalb der Lösungsentstehung unterscheiden. Genau wie in Hermes 5.1 gibt es auch in Hermes 20.22 Meilensteine. Die Meilensteine von Hermes 20.22 unterscheiden sich nicht wesentlich von den Meilensteinen von Hermes 5.1. Sie haben in der Regel die gleiche Funktion und sie werden auch genau gleich genutzt. Der Unterschied liegt vielleicht bei der Namensgebung, dass der eine oder andere Meilenstein anders genannt ist. Ein gutes Beispiel hierfür ist der erste Meilenstein, hier ganz links sichtbar, Projektinitialisierungsfreigabe. Im Hermes 5.1 hieß es Projektinitialisierungsauftrag. Wir haben aber im Hermes 20.22 hier eine Freigabe eingebaut. Dies bedeutet, dass der Projektinitialisierungsauftrag, also der Auftrag für die Initialisierung des Projektes, muss erarbeitet und freigegeben werden. Und deshalb heißt dieser Entscheidungsprozess Projektinitialisierungsfreigabe. Am Anfang des Projektes haben wir also Projektinitialisierungsfreigabe als Meilenstein und am Ende des Projektes Projektabschlussmeilenstein. Also die beiden Meilensteine, Projektinitialisierungsfreigabe und Projektabschluss, grenzen das Projekt ein. Also sie sind die Außengrenzen des Projektes. Neu haben wir Durchführungsfreigabe. Das hat anders geheißen im Hermes 5.1. Dort sprachen wir von einer Projektfreigabe. Aber eigentlich geht es ums Gleiche. Der Auftrag für die Durchführung wird hier unterschrieben. Es ist deshalb so, weil wir neu bei Hermes 2020 das Projekt bereits mit der Projektinitialisierung starten. Die nächsten Meilensteine, die Phasenfreigabe, die sind bekannt aus dem Hermes 5.1. Da hat sich nichts geändert. Und im Prinzip auch die Phasenfreigabe Abschluss ist eine normale Phasenfreigabe. Allerdings nach Abschluss der Lösungsentwicklung. Und da sieht man schon, dass es auch für die Umsetzung gilt. Im agilen Vorgehen haben wir die Releases. Die Releases, die teilen die Umsetzung in übersichtliche Teile. Und wir haben sogar die Möglichkeit, analog der Phasenfreigabe auch eine Releasefreigabe zu definieren. Am besten tut man das im Rahmen der Erarbeitung des Projektmanagementplans. Und dort wird das eingetragen. Neu sind die Meilensteine Ergebnisse. Wir unterscheiden bei den Ergebnissen zwischen Ergebnissen, also Dokumenten, und Ergebnissen Zuständen. Die Meilensteine gehören zu den Zuständen. Zu den Standardzuständen. Und jeder einzelne Meilenstein wird einzeln benannt und entsprechend beschrieben. Das heißt, neu. Sie sind Methodenelemente. Und werden auch textlich in der Methode erfasst. Und nicht nur grafisch, wie es in der Hermes 5.1 Methode der Fall war. Entlang der Phasen gibt es weitere, einen erfolgreichen Verlauf bestimmende Entscheide mit entsprechenden spezifischen Meilensteinen. Diese Meilensteine variieren je nach der Art des Vorhabens. Die hier definierten Meilensteine stellen ein klassisches Projekt für die IT-Entwicklung. Diese Meilensteine unterscheiden sich, hier blau dargestellt, nicht von den Meilensteinen von Hermes 5.1. Nur der Meilenstein weiteres Vorgehen hieß früher Variantenwahl. Er heißt deshalb weiteres Vorgehen, weil nebst den Varianten auch beispielsweise Szenario bestimmt wird, oder auch die Frage geklärt werden muss, ob die Lösungsentstehung klassisch oder agil angegangen werden soll. Wie bereits festgehalten, können mit Hermes 2022 auch agile Projekte dargestellt und entsprechend bearbeitet werden. Hier haben wir ein Beispiel für eine IT-Entwicklung, in der die Lösungsentstehung agil erfolgt. Die Umsetzung ist in Releases unterteilt. Die Freigabe der Releases, die ist optional. Bereits in der Phase Initialisierung bei der Ausarbeitung des Projektmanagementplans können wir festhalten, ob die Release-Freigabe erfolgen soll oder nicht. Sofern entschieden wird, dass die Release-Freigabe erfolgen soll, ist sie nicht mehr fakultativ, sondern obligatorisch. Die Release-Freigabe erfolgt immer vor dem Start des nächsten Releases. Analog den Phasen bei der klassischen Entwicklung. Die Meilensteine, die wir bereits aus der klassischen Entwicklung kennen, kommen ebenfalls bei der agilen Lösungsentstehung zum Tragen. Noch in der Phase Initialisierung haben wir das weitere Vorgehen, der Entscheid weitere Vorgehen, das haben wir schon besprochen. Und dann innerhalb jedes Releases haben wir die uns wohlbekannten Meilensteine. Die Meilensteine haben die gleiche Funktionalität wie bei der klassischen Lösungsentstehung. Einfach mit dem Unterschied, dass nicht über die ganze Lösung, sondern nur eben ein Teil der Lösung entschieden wird. Auch die Phase Initialisierung hat ihre Änderungen erfahren. Hier sehen wir die Phase Initialisierung, wie wir sie aus Hermes 5.1 kennen, eben mit dem Unterschied, dass hier kein Projektauftrag unten ist, sondern ein Durchführungsauftrag. Ansonsten ist der Ablauf, so wie er hier dargestellt ist, gleich. Und dieser rechtzeitige Einbezug, der erfolgt eben in der Phase Initialisierung. Und zwar im Rahmen einer Beschaffungsanalyse. Im Rahmen dieser Beschaffungsanalyse soll untersucht werden, ob das Produkt oder die Dienstleistung oder die IT-Lösung auf dem Markt beschafft werden kann oder nicht. Und ob die Beschaffung einigermaßen Sinn macht und besser ist als Eigenentwicklung. Hier sehen wir noch einmal die Phase Initialisierung in der Gesamtübersicht, also Big Picture von Hermes 2022. Links sehen Sie die beiden Module Projektsteuerung und Projektführung. Und rechts davon die bereits besprochenen Projektgrundlagen im Rahmen der Initialisierung. Auf der linken Seite von Big Picture haben wir das Phasenkonzept, nämlich hier jetzt blau, die klassische und dann hier rosa, die agile Lösungsentstehung. Das klassische mit den Phasen, Einführung, Realisierung, Konzept und das agile mit der Phase Umsetzung und am Schluss natürlich die Phase Abschluss. Als nächstes sehen Sie hier das erweiterte und neu ausgestaltete Modul Projektsteuerung und auch das Modul Projektführung. Es folgen dann die Module Produkt und die Module IT System. Das sind die zwei Module, eigentlich die wichtigsten, wenn es darum geht, eine IT-Lösung auszuarbeiten oder ein Produkt. Und die Pfeile, die ovale hier mit der roten gestrichelten Linie, die stellen eigentlich die Iteration dar. Also wir haben hier eine Darstellung, die sowohl das klassische als auch das agile, das iterative präsentiert. Links davon das Modul Organisation, das entsprechend erweitert und ausgebaut worden ist. Es fängt schon damit an, dass wir dort eine separate Situationsanalyse haben und auch, dass wir Organisationsanforderungen definieren. Die Organisationsanforderungen dürfen nicht mit den Lösungsanforderungen verwechselt werden. Auch das Organisationskonzept und die Geschäftsmodellbeschreibung sind neue Elemente im Modul Organisation. Das ganze Modul Organisation definiert die Grundlagen, die fachlichen Grundlagen, die geschäftlichen Grundlagen und die organisatorischen Grundlagen für die Module Produkt und IT System. Selbstverständlich kann in einem Organisationsprojekt nur das Modul Organisation durchgeführt werden, aber insgesamt bildet es die Grundlage für die Module Produkt und IT System. Also die ganze Definition in diesen beiden Modulen basieren auf den Organisationsdefinitionen und Anforderungen. Die restlichen Module sind eigentlich bereits bekannt. Die Beschaffungsanalyse oben mündet dann in dem Modul Beschaffung und das Modul Beschaffung muss bezogen auf die klassische Phase in der Phase Konzept beendet sein. In der Phase Umsetzung ist es ein bisschen komplexer, weil das auch vor der Iteration fertig sein muss. Die Module Tests, Einführungsorganisation, IT Migration, IT Betrieb und ISDS, die sind hinlänglich bekannt. Die müssen wir nicht näher vorstellen. Hier haben wir also das Gesamtbild des Hermes 2022. Es ist eine Grobübersicht. Wir haben selbstverständlich nicht alle Ergebnisse hier abbilden können, aber es vermittelt eine gute Sicht über das gesamte Hermes 2022 und dient als die erste Orientierungshilfe. Im Hermes 5.1 war es ein Ergebnisdiagramm. Das hier ist auch einer, aber wir nennen es einfach Big Picture. Das Projektmanagement versus Entwicklungsmanagement. Das ist etwas Wichtiges, was im Hermes 2022 unterschieden wird. Und es ist auch wesentlich, dass es auch verstanden wird, weil das Projektmanagement in der Methode ist, die wir da vorstellen und das Entwicklungsmanagement nur die Entwicklung als solches definiert. Bisher also haben wir das klassische Projektmanagement gehabt. Das ist hier dargestellt mit der grauen strichelten Linie, die von der Phase Initialisierung bis und mit Phase Einführung folgt. Das ist das Klassische, das bisherige. Neu geht das Klassische weiter bis in die Phase Abschluss. Und ebenfalls neu haben wir eine hybride Vorgehensweise vom Projektmanagement, nämlich dann, wenn wir eine agile Lösungsentstehung haben. Die Lösungsentstehung in der Phase Umsetzung ist agil. Auch das Vorgehen ist agil. Die Phase Initialisierung und Abschluss sind hingegen klassisch. Und somit ergibt sich daraus eine hybride Vorgehensweise. Das Hermes Entwicklungsmanagement ist eigentlich ein Teil des Projektmanagements und geht weiter als Projektmanagement. Es ist im Projektmanagement eingebettet. Darum haben wir hier unten die Initialisierung und den Abschluss ein bisschen abgedeckt. Sie sind nicht wesentlich für die Lösungsentstehung. Wir haben bisher klassisch gehabt mit Anlehnung an agil, nämlich dadurch, dass wir beim Hermes 5.1 entsprechende Module und Szenarien hatten. Neu ist es aber so, dass wir klassisch ganz rein haben. Also rein klassisch ohne agile Elemente. Und agil, wiederum rein in sich geschlossen, rein agile Entwicklung. Und jetzt kommen noch hybride Varianten. Wir können selbstverständlich eine Entwicklung machen und folgendermaßen vorgehen, indem wir das Konzept erarbeiten, und zwar klassisch, und nachher die Realisierung und Einführung agil durchführen. Das ist eine Möglichkeit, oder eine andere Möglichkeit, das ist die hybride Variante 2, die hier als Beispiel aufgeführt wird, wo wir Konzept und Realisierung agil machen, aber die Einführung selbst erfolgt nach dem Big Bang Prinzip. Das heißt, die ganze entwickelte, agil oder hybrid entwickelte Lösung wird einmalig eingeführt. Auf einmal, alles auf einmal. Das sind mögliche Ausprägungen, wie man die hybride Vorgehensweise machen kann. Szenarien Die Szenarien gelten neu nur und ausschließlich für die Lösungsentstehung. Das ist ein großer Unterschied zu Hermes 5.1. Hermes 5.1 hat Szenarien übers Ganze definiert, aber trotzdem war der Entscheid eigentlich erst nach Ablauf der Phase Initialisierung fällig. Und das war eigentlich ein Widerspruch. Demzufolge ist im Hermes 2022 die Regel, dass die Szenarien nur die Lösungsentstehung definieren. Und somit erreichen wir auch, dass die Initialisierung und der Abschluss immer und ausnahmslos identisch sind. Die Szenarien setzen sich immer noch aus Modulen und die Module aus Ergebnissen und Aufgaben, aber nicht mehr aus Rollen. Also Module bestehen aus Aufgaben und Ergebnissen, aber ohne Rollen. Die Szenarien haben im Hermes 2022 insgesamt an Bedeutung verloren. Sie kommen lediglich bei der Definition des Szenarios zum Tragen, also am Ende von der Phase Initialisierung. Aufgrund der Szenarien können dann die Dokumentvorlagen geholt werden vom Hermes Online und es kann auch der Projektstrukturplan generiert werden. Später im Projektverlauf haben die Szenarien keine große Bedeutung, weil der ganze Ablauf vom Projekt bereits definiert ist und allenfalls auch bereits angepasst wurde. Also die Standardszenarien sind dann unwesentlich. Hier haben wir ein Beispiel von Szenario-Dienstleistung-Produkt-Entwicklung. Hier sieht man auch sehr gut, dass die Module Projektsteuerung und Projektführung nur zum Teil in einem Szenario integriert sind. Also ausschließlich während der Lösungsentstehung. Und auch die Projektgrundlagen haben hier einen Sonderstatus. Das Modul Projektgrundlagen kommt ausschließlich in der Phase Initialisierung vor. Und die Phase Initialisierung ist nicht Teil eines Szenarios. Folglich ist auch das Modul Projektgrundlagen niemals ein Teil eines Szenarios. Wir haben genau wie im Hermes 5.1 Standard und benutzerdefinierte Szenarien. Die Szenarien selbst sind immer gleich, aber die Lösungsentstehung kann entweder agil oder klassisch sein. Es ist nicht gesagt, dass es bei jedem Projekt Sinn macht, eine agile Lösungsentstehung durchzuführen. Aber prinzipiell ist das möglich. Die Rechtsetzung beispielsweise zuunterst. Wir haben kein Szenario-Rechtsetzung. Also muss ein individuelles Szenario erarbeitet werden. Die Unterschiede bei den Szenarien zwischen Hermes 5.1 und Hermes 2022. Das Szenario Dienstleistung-Produkt ist dem Hermes 2022 aufgeteilt worden. Nämlich in Dienstleistung-Produkt-Entwicklung und Dienstleistung-Produkt-Adaption. Dienstleistung-Produkt-Adaption, das ist dann der Fall, wenn eine Beschaffung erfolgt. Also wenn entschieden wird, im Rahmen der Initialisierung, dass die Dienstleistung auf dem Markt beschafft wird. Analog dazu haben wir es mit der IT-Individualanwendung. IT-Individualanwendung haben wir auch, IT-Anwendung-Entwicklung. Und die IT-Standard-Anwendung ist neu die IT-Anwendung-Adaption. Also auch hier haben wir eine Unterscheidung zwischen Entwicklung und Adaption. Die IT-Anwendung-Weiterentwicklung ist im Prinzip genau gleich wie IT-Anwendung-Entwicklung. Ergo konnten wir dieses Szenario in IT-Anwendung-Entwicklung integrieren. Genau das gleiche gilt für IT-Infrastruktur. Wenn Sie sich mit den Szenarien im Hermes 5.1 befassen, merken Sie, dass diese drei Szenarien, nämlich IT-Individualanwendung, IT-Anwendungs-Weiterentwicklung und IT-Infrastruktur, im Prinzip identisch sind. Die Organisationsanpassung heißt nur noch Organisationanpassung. Wir haben keine Veränderung hier. Dienstleistungsprodukt Agile wird eliminiert und fließt direkt in die Dienstleistungsproduktentwicklung und Dienstleistungsproduktadaption vom Hermes 2022. Analog dazu gilt das gleiche für IT-Individualanwendung Agile. Dieses Hermes 5.1-Szenario fließt in die beiden Szenarien von Hermes 2022, IT-Anwendung-Entwicklung und IT-Anwendung-Adaption. Übers Ganze gesehen hat die Anzahl der Szenarien abgenommen. Hermes 2022 verfügt neu über lediglich fünf Szenarien. Dazu im Vergleich Hermes 5.1, wo acht Szenarien im Einsatz waren. Dies bedeutet eine Vereinfachung im Rahmen der Entscheide, welches Szenario gewählt werden soll. Diese fünf Szenarien decken die gleichen Problemstellungen ab, wie wir es im Hermes 5.1 hatten. Bei den Modulen sieht es ähnlich aus. Wenn wir Modul Projektsteuerung nehmen, bleibt Modul Projektsteuerung. Wenn wir Modul Projektführung haben, bleibt Modul Projektführung. Die Projektgrundlagen bleiben ebenfalls Projektgrundlagen. Hier ist keine Änderung. Beschaffung ist auch immer noch Beschaffung. Geschäftsorganisation heißt Neu-Organisation, weil es nicht nur mit dem Geschäft zu tun hat, sondern mit allen Aspekten der Organisation und Produkt bleibt Produkt. IT-System bleibt IT-System. Testen wird einfach nur Neu-Tests benannt und Einführungsorganisation bleibt ebenfalls Einführungsorganisation, genauso wie IT-Migration und IT-Betrieb. Das Modul Informationssicherheit und Datenschutz wird neu vereinfacht, ISDs genannt. Also nur die Abkürzung. Und Entwicklung Agile, dieses Modul, verschwindet und wird integriert in die Module Produkt und IT-System. Insofern haben wir ein Modul weniger als im Hermes 5.1. Hier nun der Vergleich der Rollen zwischen Hermes 5.1 und Hermes 20.22. Wenn man die Aufstellung ein bisschen genauer studiert, dann sieht man bereits einige Unterschiede. Eines der wichtigsten Aspekte sind die minimal zu besetzenden Rollen. Die minimal zu besetzenden Rollen sind in der Aufstellung farblich hervorgehoben. Links für Hermes 5.1 in türkisblau und rechts bei Hermes 20.22 ordorot und sind mit einem Sternchen gegennzeichnet. Einerseits ist das der Auftraggeber und der Projektleiter. Wir sehen also, dass hinsichtlich dieser zwei Rollen hat sich zwischen Hermes 5.1 und Hermes 20.22 nichts geendet. Zumindest mal was die Bezeichnung der Rollen betrifft. Andererseits bei der dritten minimal zu besetzenden Rolle haben wir einen Unterschied. In Hermes 5.1 hatten wir Fachspezialisten und bei Hermes Ausgabe 20.22 ist es der Anwendervertreter. Dies kommt daher, weil die Fachspezialisten bereits in Hermes 5.1 keine eigenständigen Rollen waren. Es war ein Sammelbegriff für Ausführungsrollen. Nun also hat man den Fachspezialisten mit dem Anwendervertreter ausgetauscht. Der Anwendervertreter wird im Hermes aufgewertet. Er übernimmt im Rahmen des Projektmanagements fach- und geschäftsspezifische Aufgaben. Er ist derjenige, der mit den Stakeholdern arbeitet. Er ist derjenige, der die Fachergebnisse verantwortet. Das bedeutet, dass der Projektleiter sich mehr seinem Geschäft widmen kann, nämlich dem Projektmanagement. Und der Anwendervertreter eben dem Fach. Diese Rollenteilung bringt Vorteile. So kann zum Beispiel ein Projektleiter eingesetzt werden, der weder Fach- noch Stammorganisationskenntnisse hat. Also einen Projektleiter beispielsweise von extern. Der Anwendervertreter hingegen, der muss das Fach kennen und er muss eigentlich die Lösung aus der fachlichen Sicht auch vertreten. Nun zu den einzelnen Rollen. Der Anwendungsverantwortliche, das ist eine Rolle, die wir eliminiert haben. Anwendungsverantwortliche ist eine Rolle, die eigentlich erst im Anwendungsmanagement so richtig zum Tragen kommt. Und im Projektmanagement hat sie keine relevante Verantwortung. Bereits im Hermes 5.1 hat sie keine einzige Aufgabe verantwortet, war auch nirgendwo eigentlich beteiligt. Der Geschäftsprozessverantwortliche ist auch unnötig. Wir haben den Business-Analisten und der wird sämtliche geschäftsprozessspezifische Aufgaben oder Fragestellungen abarbeiten und behandeln. Insofern können wir uns diese Rolle ebenfalls sparen. Dann haben wir hier die Rolle des Projektausschussmitglieds, die neu in eine Rollengruppe, Projektausschuss, umbenannt wird. Wir beschreiben also nicht ein einziges Mitglied, sondern den Projektausschuss als solchen. Das ist eine Rollengruppe. Weitere Rollegruppe ist der Fachausschuss. Auch der Fachausschussmitglied wird nicht als Einzelperson benannt, sondern der Ausschuss als Rollegruppe. Beides ist sehr wichtig, weil beide Rollegruppen haben als Kollektiv entsprechende Kompetenzen und nicht als Einzelrollen. Dann der Entwickler ist natürlich einerseits im Klassischen der Entwickler, andererseits ist der Entwickler ein Teil des Entwicklungsteams. Ergo haben wir aus der Rolle Entwickler, haben wir neu zwei verschiedene Rollen, je nachdem wie vorgegangen wird. Insgesamt haben wir also eine Rolle weniger, aber genau betrachtet haben wir zwei Rollen von Hermes 5.1 eliminiert und aus den Entwicklern haben wir zwei Rollen gemacht, also als Entwicklungsteam eine neue Rollengruppe. Das Hermes-Rollenmodell unterscheidet zwischen den Rollengruppen der Stammorganisation und den Rollen- und Rollengruppen der Projektorganisation. Die hier abgebildete minimale Projektorganisation ist links klassisch dargestellt und rechts agil. Allerdings ist die agile Projektorganisation nur während der Phaseumsetzung, also im Rahmen der agilen Lösungsentstehung, aktiv. Allerdings ist die agile Projektorganisation nur während der Lösungsentstehung, also während der Durchführung der Phaseumsetzung, aktiv. In der Phase Initialisierung und in der Phase Abschluss haben wir nach wie vor die klassische Projektorganisation. Die grau dargestellten Rollen, das sind die minimal zu besetzenden Rollen. Wir sehen also, dass sowohl in der klassischen als auch in der agilen Projektorganisation der Auftraggeber, der Projektleiter und der Anwendervertreter die minimal zu besetzenden Rollen sind. In der rechten Abbildung ist noch das Entwicklungsteam, weil es ist wenig wahrscheinlich, dass ein agiles Projekt nur mit einem Anwendervertreter abgewickelt werden kann. Das Hermes 2022 spezifiziert und beschreibt die minimal zu besetzenden Rollen ziemlich genau. Der Auftraggeber muss beim Anwender angesiedelt sein. Es muss eine natürliche Person sein, die von der Fachabteilung kommt, am besten eine Führungsperson. Er initialisiert, finanziert und steuert das ganze Projekt. Er braucht auch eine entsprechende Kompetenz. Er sichert unter anderem auch den Projekterfolg. Auch der Projektleiter muss zwingend beim Anwender angesiedelt sein und ausschließlich dessen Interessen im Projekt vertreten. Dies gilt auch dann, wenn der Rolleninhaber organisatorisch anderweitig unterstellt oder angesiedelt ist. Es kann eine externe Rekrutierung sein oder er kann durch ein internes Projektleiterpool gestellt werden. Allerdings ist auf eine Bereitstellung durch Partnergruppen, Ersteller oder Betreiber lieber zu verzichten. Es bestehen potenzielle Interessenkonflikte und die Sicherstellung der Governance ist nicht gegeben. Der Projektleiter verantwortet die Projektführung. Im Gegensatz zum Hermes 5.1 braucht er kein lösungsspezifisches Fachwissen mehr, weil es eben vom Anwendervertreter geliefert wird. Er unterstützt den Auftraggeber und setzt insgesamt mit ihm zusammen die gewählte Vorgehensweise durch. Und er ist zuständig für das Reporting. Und dann letztlich der Anwendervertreter, der eben das Fachliche verantwortet, muss selbstverständlich auch vom Anwender kommen und muss zwingend über das erforderliche Fachwissen verfügen, das für die Erarbeitung der Lösung notwendig ist. Der Anwendervertreter arbeitet mit den Stakeholdern. Er betreut sie und er bindet sie in das Entwicklungsgeschehen ein. Er sorgt auch dafür, dass deren Interessen beim Projekt und bei der Lösungsentwicklung berücksichtigt werden und dass die fachliche Ausgestaltung der Lösung den Vorstellungen der Stakeholder entspricht. Er verantwortet auch die fachlichen Lösungsanforderungen. Bei agiler Lösungsentstehung ist er die Schnittstelle zum Entwicklungsteam. Das bedeutet natürlich, dass er über entsprechende zusätzliche Fachrichterkenntnisse verfügt und er diese Aufgabe als Mitglied des Entwicklungsteams wahrnehmen kann. Hier ein Beispiel einer klassischen und einer agilen Projektorganisation. Noch einmal zur Erinnerung, die Projektorganisation agil wird ausschließlich während der Phase Umsetzung genutzt. Die Projektorganisation klassisch kommt selbstverständlich bei klassischen Projekten zum Tragen und bei hybriden Projekten wird das in der Phase Initialisierung und der Phase Abschluss. Zwecks Illustration möglicher realer Projektorganisation wurden den Beispielen weitere mögliche Rollen hinzugefügt. Es fällt auf, dass in der Steuerung keine Unterschiede bestehen. Wir haben immer noch diesen Auftraggeber mit seinem Projektausschuss und mit dem Qualitäts- und Risikomanagement. Hingegen bei der Führung haben wir einen Unterschied. Der Projektleiter im agilen Bereich verfügt nicht über einen Fachausschuss, weil die fachliche Lösungsentstehung im Rahmen der Ausführung durch den Anwendervertreter und das Entwicklungsteam abgewickelt wird. In der klassischen Projektorganisation kann er hingegen einen Fachausschuss haben. Dies bedeutet aber nicht, dass er Verantwortung hat für die fachlichen Ergebnisse. Der Fachausschuss aber macht ihn die Ergebnisse der Entwickler und des Anwendervertreters verständlich und er kann seine Leitungsfunktion besser wahrnehmen. Des Weiteren bringen die Mitglieder des Fachausschusses die Anlieger ihrer Organisationseinheit ein, die sie vertreten. Der Projektleiter ist zuständig dafür, den Fachausschuss zu leiten und die Sitzungen zu organisieren. Auf der Hierarchieebene Ausführung unterscheiden sich beide Projektorganisationen ebenfalls. In der klassischen Projektorganisation werden die Fachspezialisten, also die Ausführungsrollen, als Einzelrollen geführt. In der agilen Projektorganisation hingegen haben wir nur eine einzige Einzelrolle, nämlich den Anwendervertreter. Alle anderen Rollen auf der Hierarchieebene Ausführung sind im Entwicklungsteam. Und die Zusammensetzung des Entwicklungsteams ist im Projektmanagement nicht sichtbar. Im agilen Vorhaben ist das Entwicklungsmanagement im Projektmanagement eingekapselt. Das heißt, aus der Projektsicht sehen wir nicht rein. Es ist eine Welt für sich und für uns im Projekt ist sie eine Blackbox. Dies deshalb, weil es gibt etliche agile Entwicklungsmethoden und Hermes muss alle diese Entwicklungsmethoden abdecken können. Insofern wurde eine Blackbox-Strategie gewählt, bei der die Schnittstellen klar definiert sind, aber die agile Entwicklungsmethode frei ist. Die Rollensicht entspricht der Projektorganisation. Der Projektleiter rapportiert dem Auftraggeber, diese wiederum der Stammorganisation. Und zurückkommen die entsprechenden Feedbacks. Auch hier ist der Anwendervertreter dem Projektleiter unterstellt, weil der Projektleiter führt, aber im Rahmen der fachlichen Aspekte und Ergebnisse ist er selbstständig, er richtet sich nach dem Auftrag und er richtet sich auch nach den Bedürfnissen der Fachabteilungen oder der betroffenen Organisationseinheiten. Und diese Bedürfnisse werden unter anderem durch die Stakeholder eingebracht. Er hat seine eigene Kenntnisse und die Stakeholder bringen zusätzliche Impulse in das Projektgeschehen. Der Anwendervertreter selber kann auch im Entwicklungsteam Einsitz nehmen, als sogenannter Product Owner. Dies setzt aber natürlich voraus, dass der Anwendervertreter über entsprechende Kenntnisse verfügt und in der Lage ist, im Entwicklungsteam wirklich mitzuwirken. Dies führt dazu, dass wir nebst der formellen Information, dem formellen Reporting, auch noch informelle Impulse und Informationen aus dem Entwicklungsteam haben und der Anwendervertreter sie dann besser im Rahmen des Projektmanagements umsetzen kann und den Projektleiter unter Auftrag zu informieren. Das einheitliche Reporting vom Hermes 2022 stellt sicher, dass sowohl die Projekte mit der agilen Lösungsentstehung als auch die klassischen Projekte die gleich getakteten Ports liefert. So haben wir nachher die Möglichkeit, im Rahmen der Stammorganisation, aber auch zum Beispiel innerhalb eines Programms, zum richtigen Zeitpunkt die richtigen Rapporte und vor allem die gleichen Rapporte zu erhalten, egal ob jetzt das Projekt klassisch oder eben hybrid abgewickelt wird. Das Bild des einheitlichen Reportings stammt aus Hermes 5.1. Es wurde lediglich auf Hermes 2022 adaptiert. Die obere Hälfte des Bildes entspricht weitgehend dem Bild aus Hermes 5.1. Nur die Phase Abschluss ist neu, die gab es im Hermes 5.1 nicht. Und selbstverständlich auch die untere, gespiegelte Hälfte des Bildes, auch die ist neu. Das ist eben die agile Lösungsentstehung bzw. das hybride Projektvorgehen. Wenn wir also einen Durchführungsauftrag haben im Klassischen, haben wir gespiegelt von unten auch einen Durchführungsauftrag im Hybriden. In der Phase Initialisierung wissen wir formell noch nicht, ob es die Durchführung agil, also die Lösungsentstehung, agil angegangen wird oder klassisch. Deshalb ist die Phase Initialisierung identisch, egal welche Lösungsentstehung nachher folgt. Während der Lösungsentstehung haben wir entweder eine klassische oder eine agile Entwicklung. Im Rahmen dieser Entwicklung sind die entsprechenden Berichte und Reports praktisch identisch, egal wiederum, ob es klassisch oder agil ist. Beispielsweise Projektstatusbericht, hier klassisch, kann ebenso vom agilen Projekt jederzeit gestellt werden. Das gleiche gilt für die Lösungsarchitektur, auch wenn sie nicht zum gleichen Zeitpunkt erarbeitet wird. Das Vorgehen ist das gleiche. Phasenberichte im Klassischen entsprechen den Releaseberichten im Agilen. Und wir haben bei der agilen Vorgehensweise am Schluss keinen Releasebericht, sondern einen Phasenbericht und erfasst alles zusammen, was in der Phasenumsetzung erfolgt ist. Analog eigentlich dem Phasenbericht am Ende der Phase Einführung. Während der Phase Abschluss haben wir die Projektschlussbeurteilung und die ist wiederum genau gleich, egal ob klassisch oder hybrid. Die Entwicklung in der Realisierungseinheiten bei klassischer Vorgehensweise wurde in Hermes 2022 völlig überarbeitet. Während der Initialisierungsphase ist es immer noch gleich, egal ob man in Realisierungseinheiten vorgeht oder nicht. Auch bei der Phase Konzept besteht noch kein Unterschied. Die Phase Konzept wird genau gleich abgewickelt wie in jedem anderen klassischen Projekt. Die Realisierung und Einführung hingegen, die wird in eine Realisierungseinheit eingebettet. Wir haben beliebig viele Realisierungseinheiten. Einfach bei der ersten Realisierungseinheit kommt tatsächlich die Freigabe für die Realisierung gemäß dem entsprechenden Phasen. und dem Entscheid für die nächste Phase. Da ändert immer noch nichts. Und dann kann die erste Realisierung gestartet werden. Allerdings haben wir dadurch auch okay, weitere Realisierungseinheiten zu starten. Unabhängig davon, wie viele da sind und unabhängig davon, wie die vorherigen Realisierungseinheiten ablaufen oder bereits beendet worden sind. Dies kann also durchaus mehrere Realisierungseinheiten betreffen. Gleichzeitig bei der Einführung der ersten Realisierungseinheit, das muss nicht unbedingt die Realisierungseinheit 1 sein, das kann durchaus auch die andere Realisierungseinheit sein, die schnell abläuft, wird im Prinzip die Phasenfreigabe Abschluss entschieden. Aber diese Phasenfreigabe gilt nur aus dem Blickwinkel der Realisierungseinheit 1, jetzt hier im Beispiel. Die Realisierungseinheiten können sukzessive gestartet und mit der Phaseeinführung und dem Entscheid für die Phasefreigabe Abschluss beendet werden. Allerdings können wir die Phaseabschluss so lange nicht starten, bis nicht alle Realisierungseinheiten beendet sind. Mit dem Abschluss der letzten Realisierungseinheit und somit auch mit der letzten Phasenfreigabe Abschluss kann letztlich auch die Phaseabschluss gestartet werden. Ist die Phaseabschluss zu Ende, endet auch das Projekt. Die Anzahl der Realisierungseinheiten ist nicht beschränkt. Dennoch soll darauf geachtet werden, dass die Projektgröße im Rahmen bleibt. Ist das Projekt komplex, bietet sich die Abwicklung des Hohrhadens im Rahmen eines Programms an. Genau wie im Hermes 5 wird auch Hermes 2022 einerseits als Druckversion in Referenzhandbüchern publiziert und andererseits als Online-Version, also als Hermes Online. Und auch dort werden wir die Unterteilung haben zwischen Verstehen und Anwenden. Technisch betrachtet hat sich für die Benutzer der Hermes Online-Version diesbezüglich nichts geändert. Bereits im Hermes 5 war es möglich, im Kapitel Anwenden das eigene Projekt den tatsächlichen Bedürfnissen des Vorhabens anzupassen. Eine der Funktionen, die auch von Hermes 5 empfohlen worden ist, war Tailoring. Sehr viele Projekte sind relativ klein und die Hermes-Vorlagen sind ziemlich umfangreich. Deshalb setzte Hermes 5.1 auf Tailoring und die Möglichkeit, eben die Dokumentvorlagen bzw. die ganze Struktur für eigene Bedürfnisse anzupassen. Leider war es so, dass viele Anwender bzw. die Projektleiter waren zu dem Tailoring überfordert. Sie haben zum Zeitpunkt der Phase Initialisierung nicht die Tiefe und die Breite des Vorhabens abschätzen können. Deshalb war es für sie unmöglich, das Tailoring korrekt anzuwenden und haben letztlich darauf verzichtet. Dies führte schließlich dazu, dass die Projekte hinsichtlich der Dokumentation aufgebläht waren. Daraus folgte auch der Vorwurf, dass Hermes 5 zu umfangreich ist. Deshalb verfügt Hermes 2022 über ein neues, einfaches Tool, das erlaubt, die Projektgröße abzuschätzen und generiert daraus eine reduzierte Projektdokumentation im adäquaten Umfang. Das mittels Sizing so angepasste Standard-Szenario kann mittels Tailoring weiter bearbeitet werden. Das Sizing also unterstützt Tailoring, kann aber Tailoring nicht ersetzen. Auf jeden Fall ist es wichtig, dass die Seinfolge stimmt. Ein Standard-Szenario wird zuerst gesizt und nachher getailert. Damit haben wir die detaillierten Erläuterungen zu Hermes 2022 abgeschlossen. Nun wenden wir uns den Ausbildungsaspekten zu. Also hinsichtlich Lernziele, der Schulung, der Zertifizierung und der Dokumentation. Die Lernziele sind im Hermes 2022 anders ausgerichtet und sie sind auch neu definiert worden. Hinsichtlich Foundation sind die Unterschiede allerdings nicht sehr groß. Die Gruppierung aber der Lernziele ist ein bisschen etwas anders ausgefallen und wurde tatsächlich auf die neue Bedürfnisse vom Hermes 2022 ausgerichtet. Bei Advanced hingegen ist der Fokus eindeutig auf die Anwendbarkeit der Methode gelegt worden. Also auf Aspekte, die auch mit Hilfe von Anwendungspraxis zum Tragen kommen. Das Auswendiglernen der Hermes-Methode bringt wenig. Die Leute müssen in der Lage sein, auch zu abstrahieren und aufgrund von dem Gelernten und gleichzeitig der Praxis tieferes Verständnis erreichen. Die Folge davon ist, dass bei der Advanced-Zertifizierung an die Teilnehmer viel höhere Anforderungen gestellt werden. Die Konsequenzen für die Zertifizierung sind die folgenden. Wir haben keine Einschränkung. Das heißt, für die Zertifizierung Advanced muss die ganze Methode verstanden und erklärt werden können. Neues auch Fokus auf Kapitel 7. Kapitel 7 ist wesentlich. Dort sind die Hinweise für die Nutzung von der Hermes-Methode. Diese Hinweise sind in den Lernzielen neu berücksichtigt worden. Und etwas ganz Neues ist, dass nicht alles, was abgefragt werden kann oder was man wissen soll, steht im Buch. Sondern es muss aus dem Gesamtkontext hervorgehen. Alle Schulungen sollen auf die Vermittlung von Wissen und Können ausgerichtet sein. Die Schulungsunterlagen hierfür wurden Professionen erstellt von einer für die Ausbildung spezialisierten Firma. Die Hermes-Methode wird von folgenden Dokumentationen begleitet. Selbstverständlich werden die Referenzhandbücher wieder gedruckt. Die Referenzhandbücher werden viersprachig publiziert. In Deutsch, Französisch, Italienisch und Englisch. Dazu besteht auch ein Anhang zum Projektmanagement, nämlich das Programmmanagement, das neu eben ein Bestandteil des Projektmanagements ist. Aufgrund der kleinen Auflage und dem relativ niedrigen Bedarf wird Programmmanagement nur zweisprachig in Deutsch und Französisch verfügbar sein. Zum besseren Verständnis der Methode sind folgende zwei Dokumente vorgesehen. Der agile Leitfaden geht auf die Agilität tiefer ein. Er beschreibt die gleiche Methode wie im Referenzhandbuch, also wie in der Methode 2022, aber mit anderen Worten und nutzt auch die Prozesse. Damit vermittelte er ein höheres Verständnis von der agilen Vorgehensweise mittels Hermes 2022. Der agile Leitfaden wird aus Broschüre zweisprachig publiziert, Deutsch und Französisch. Die zweite zusätzliche Dokumentation, die aus Broschüre publiziert wird, ist die Übersicht über die Hermes-Methode. Die Übersicht Hermes-Methode umfasst die gesamte Hermes-Methode, also nebst dem Projektmanagement, auch das Anwendungsmanagement und Fortholio-Management. Mit dieser Dokumentation wird die Positionierung von Hermes bezüglich anderer Methoden gut sichtbar. Die Dokumentation vermittelt Verständnis für den gesamten Lebenszyklus eines Produkts. Die beiden Dokumentationen, Referenzhandbuch und Anhang zum Programmanagement sind selbstverständlich auch auf Hermes online verfügbar. Als Abrundung und Abschluss für diese Präsentation werden wir noch einmal die Vorteile von Hermes 2022 zusammenfassen und hervorheben. Die Agilität wurde anders ins Hermes 2022 integriert, es ist eingekapselt und hinsichtlich der Agilität wurden alte Fehler, insbesondere beispielsweise in Bezug auf die Phasen, ausgemerzt. Bits DevOps ist im Hermes 2022 vorbereitet. Bits DevOps kann analog Agilität auch im Projektmanagement neu, aber auch im Anwendungsmanagement eingekapselt werden. Das bedeutet, dass der ganze Bits DevOps Prozess mit Hilfe von Hermes abgewickelt werden kann und automatisch alle Schnittstellen zu den Stammorganisationen internen Systemen bietet. Dies ist insbesondere aus dem Kosten-Nutzen-Aspekt sehr interessant, weil für Bits DevOps keine neuen Systeme entwickelt werden müssen. Genauso wie bei Agilität, wo einfach die bestehenden agilen Methoden in Hermes eingebettet werden. Neu ist Hermes auf das Geschäft mit starker Fachverantwortung ausgerichtet. Hermes ist wenig IT-lastig, obwohl sämtliche IT-Aspekte mit dem Hermes abgewickelt werden können. Das Geschäftsmodell hingegen steht im Vordergrund. Wir haben im Hermes 2022 auch eine klare Gewaltentrennung zwischen dem Projektmanagement und der Lösungsentstehung. Also Kompetenz auf Verantwortung, Projektleiter, Anwendervertreter. Lösungen, die mit Hermes 2022 erarbeitet werden können, können klassischer, agiler oder hybrider Natur sein. Dies gilt selbstverständlich auch Projekte innerhalb eines Programms. Ein Programm kann also sowohl klassische als auch agile Projekte haben und kann eine Lösungsentstehung anbieten, die klassisch agil oder hybrid ist. Das Programmmanagement ist neu integriert. Es wird zwar separat vermittelt, aber es ist ein Bestandteil des Projektmanagements. Das Programmmanagement gruppiert die Projekte. Die neue vorliegende Methode wurde verschlankt und entschlackt. Es wurden Module, Szenarien und Rollen reduziert. Und die bestehenden alten Texte wurden optimiert, gekürzt und präzisiert. Das Lernkonzept und die Zertifizierung sind neu. Foundation wird auf Wissensvermittlung ausgerichtet, Advanced auf die Anwendbarkeit fokussiert und alles unter dem Motto anstatt wiedergeben, richtig verstehen. Das sind also die Vorzüge von Hermes 2022 kurz zusammengefasst. Und damit sind wir am Ende von unseren Ausführungen und Sie können uns Fragen stellen. Ihre Fragen richten Sie bitte an die folgende E-Mail-Adresse Hermes.bk.admin.ca Wir werden Ihre Fragen sukzessive bearbeiten und beantworten. In dem Sinne wünschen wir Ihnen viel Erfolg, aber vielleicht auch Spaß mit Hermes 2022. Es war ein Zwanzig.